ok was machen wir ist direkt rechts links rechts in der davant range oder wieder teils da wird jetzt andere spieler jenen hier so die richtung da oh ich blut ja ja und wird deswegen müsst darauf achten ob ihr irgendwas hört ne weil ja fett die mit wegfällt soll ich den fetten einfach mal weg springen also wenn du die reklametafel aus hängen willst hier sind wir ja mcfett ist da und uns aus dem weg alle erläuft ihr meine kindern vorbei was nein vögeln vorbei hier war einer deswegen ich habe auf den geachtet schüsse aus richtung schlachthaus ach ich wollte gerade sagen klingt aber in der nähe dachthaus du ist neben mir fährt viren gehört in westlicher richtung westliche richtung ja klang zu wenigstens so wer ist denn das alea was da nicht da drüben ne bei mir hat kein pferd gewirrt hat jemand eine laterne hier sind vögel wo ich habe doch gift ach so stimmt da vorne auf dem dägen auf dem zaun wohl in den clou also schlachthaus brauchen wir nicht da ist der boss nicht aber da sind halt die schlüsse direkt dann her links von uns wir sollten mal ein bisschen action suchen dann lass uns einfach in richtung schüsse gehen jetzt gucken ob wir was erwischen ja das muss ja entweder könnte kirche sogar sein mal ein paar neue bolzen also wir könnten das schlachthaus noch absuchen aber ich weiß nicht ob sich das lohnt oder wir gehen jetzt in richtung kirche wo das geballer war also der dicke tut mir schon immer so ein bisschen leid ja mir auch weil er hat gerade oh log bay ist der boss sogar könnte das auch von da gekommen sein möglich aber es klingt ziemlich nah eigentlich klang eigentlich wirklich näher weil sie jetzt aufgehört haben wir werden ja sehen ob hier irgendwo hunter liegen ne zur not da sind graben vorsicht das ging es hier läuft keine maschine mehr das heißt sie war auf jeden fall ach fuck ich wollte grad schmeißen ich hab ja gift das war jetzt blöd ach ja ich hab noch keinen hunter gesehen ich hab noch keinen hunter gesehen ich hab jetzt leider auch nichts mehr nö jetzt ist ja ruhig ne wie immer schüsse nördlicher richtung nördlicher richtung also definitiv von wer war das war keiner von uns ne also definitiv von den lockt the bay docks oder wie das da heißt sehr nah eigentlich ne ja oh ja vielleicht sitzen hier irgendwo in der gebüsche welche läuft jemand von euch ich weiß gerade hat von euch einer hier gift hin gemacht nein okay hier ist auf jeden fall gift vor mir schüsse direkt vor mir ja ich laufe schüsse etwas weiter links und etwas weiter rechts von uns da vorne das könnte ein lockt bay sein ich bin ja hier hinter der mauer ich bin nichts hast du mich erschrocken hier ist wieder gift wolke machst du das ich denke das ist bei lockt bay ja die machen wahrscheinlich entweder kämpfen die hier am fluss oder direkt in dem kompon jetzt funktioniert die taste wieder schuss rechts von uns irgendwo so da ja genau läuft einer nein okay ich habe laufen gehört in noch nordwestlicher richtung direkt vor dir halt auf dem fall ja ihm ist down ich sehe leider mich ich sehe keinen das ist da hinter dem felsen am besten wenn du in die hocke gehst wenn sie aufstellen willst lauf weg und heil dich da ist einer da ist einer rot oder leben noch leben beide auch ich brauche mich ja nicht zahlen an einer feuer negativ die leiche an ist die leiche irgendwo da wo du bist eigentlich an dem felsen sie die irgendwo liegen auf der anderen seite so weit weg wie die sind glaube ich nicht dass sie zu dem gehören sagt das nicht weil die sind ja auch direkt hierhin gelaufen hast du gefunden ne ich finde die leiche nicht der muss aber irgendwo da da so liegen ja ich lag ja auch da vorne und der stand genau hier vor mir ja aber der ist weiter nach links jetzt seid doch mal ruhig leute das ist doch nicht so wichtig doch das ist wichtig weil da müssen die nämlich zurückkommen ich sehe jetzt momentan nix ja hab ihn das bounty team geht den versuch auf jeden fall raus zu gehen wahrscheinlich hier rechts rechts laufen sie zwei mann ruhe kommt direkt zu dir runter hier oben müsste eigentlich vor dir sein ja läuft wieder rechts rüber ist da wer hat mit brand munition beschossen wo ist der hier rechts laufen die weg ey was ist denn los die sind jetzt rechts weiter hit vor mir beide down ja team ausgeschaltet heiß da war ich einfach zu weit weg das hört sich so nah an macht euer ding das habt ihr euch verdient was haben die denn dabei gehabt ne such ruhig ich meine ich hab ich hab dieses ding das ich ein drittes mal suchen kann von daher sucht ruhig ja hast du denn schon gelootet ja einen aber nur wo sind die denn der eine liegt hier im wasser hier ah ja ok das bounty team schon raus ne noch nicht die zucht noch das ist egal wir haben auf jeden fall schon mal ein team da und das ist schon mal gut für uns die bewegen sich doch komischerweise nicht mehr lass uns nach stillwater gehen ein verstanden sammeln erst mal dann sind bleiben wir erst mal aus der sicht von den bounty team komischerweise bewegen die sich nicht mehr vielleicht sind sie da in hinter geraten aber dann würden wir doch normal schüsse hören aber wir haben auf jeden fall schon mal ein team da und das ist safe ne das wird man nicht mehr hören also nicht mehr laut ah ich hab mal ein bisschen action gehabt hier man ja war doch nice crane hab gift einfach auf rechten seite noch schüsse von links was hast du schüsse von links könnte alles sein oder noch weiter weg und nicht dass die noch den zweiten das jetzt machen das wäre blöd stimmt aber die sind ja nicht in der vielzucht sie sind ja kurz daneben ich glaub sie bewegen sich auch wieder ja wir müssen sich nicht mehr mal machen ja sie bewegen sich wieder von der vielzucht weg nach links nicht laut kann man auch leise machen sind jetzt fast an den gräbern zwei fettis hier ist auch noch ein fetti ich denke die wollten uns einfach nur ausweichen wahrscheinlich für den fetten hab ich jetzt nichts kein keiner mehr ich hab soll ich ja aber du musst halt das bisschen länger festhalten ne weil sonst laufen die ja weg ja also irgendwann geht ja die wurfreichweite nach hinten also zieht sich zurück dann ist es kurz vor explosion weißt du das heißt so dann müsste man es loslassen hier ist spezialmission wenn braucht äh achso unten im keller ja ja ich guck gleich mal oh die hab ich nicht gesehen xps wer war jetzt die explosion ich fettis tot oder was gedroppt weiß ich noch nicht hab leider auch dollas hab leider auch so ein scheiß fass erwischt nein hat nichts gedroppt also die schüsse ah da ist ein zweiter also das team geht jetzt nach äh cyprus gehen die also anscheinend gehen die raus ja hier unten hattest du jetzt alles abgesucht ronni ja unten ist alles abgesucht ok dann kann ich wieder raus munition hatte ich gefunden da war aber auch noch xp und doloris ne ich weiß nicht wo die xp sind keine ahnung äh direkt um die ecke davon waren die xp an der wand hingen die direkt um die ecke an der wand hingen die ja links rum drehen auf jeden fall ah da ok gefunden und die dolores waren am ende ne das ist mir egal hier es sind eigenschaftspunkte oder wie man die nennt das hört sich auch gut an ja da an der wand wo ist denn da an der wand da hinten ja da ich hab's was ich will auch mal was abbekommen nix du willst doch eh prestigen also und du hast's schon ja deswegen brauchen wir jetzt wieder wir müssen ja irgendwie level also das bauen die team scheint raus zu gehen also das ist den nächsten klou holen ich würde richtung kapelle gehen wir müssen hier einsammeln ne wir laufen mal an dem klou vorbei ach ja da wäre noch was diese verlauf der lauter punkte sammeln denken wir schon gar nicht mehr an den klou da ist ne hive ne ja hart spritze ja lass uns mal nach kapelle gehen das bounty team ist nämlich raus und wir haben definitiv ein team getötet so das heißt bleibt nur ein team übrig könnte ein team übrig bleiben aber es waren ja vorhin schon viele schüsse ne ja die haben ja eben noch geschossen auch anscheinend gegen team was den aufgelauert hat also vielleicht sind auch gar keine mehr da das bekommt man ja auch schon mal deswegen müssen wir jetzt glück haben dass wir unserem boss hier irgendwo in der nähe haben da ist auf jeden fall ein kuh oh oh also ist doch noch ein team da weil dafür war das bounty team schon zu lange raus äh fett die mit feck ja das ist egal den können wir ja umgehen blu ist genau an oder in der kirche irgendwo da blu ist genau an oder in der kirche irgendwo da hier ist noch eine kasse hier ist dingens ja passt schon da ist so eine hype irgendwo gewesen also wir haben definitiv noch ein gegner team die explosionen lassen darauf schließen ich würde sagen import ist der boss ja wenn er in ellis gewesen wäre hätte es bei uns die gemacht da sind noch haben da ist auf jeden fall der nächste club ja das ist ja also wir können nach port können da auf jeden fall den klub sammeln und dann den buch machen hier liegt noch salamander wenn die noch einer haben müssen wir salamander im dorisch wenn du siehst dass sie auf mich zu retten natürlich noch zu kommen jedes zu kompliziert da sehe ich noch ein eventpunkt ich liebe diese alle gar verflüssen du musst definitiv leiser werden was genau so laut alles alles da ist ein eventpunkt solores ja gut dann ist der boss halt was machen naja die müssen in unserer richtung raus können natürlich zum ausgang und die auflauern ja gut die werden uns so oder so mit sich ziehen können ja oder aber das hält unsere hand da und gehen mit dem rauf ich meine ein fight haben sie überlebt scheinen sie ja nicht aber hier war auf jeden fall schon jemand weil die eine box schon offen war aber sie sind definitiv schon hier durchgelaufen ich meine wir haben fast 50 eventpunkte ne das ist schon ne menge ausgang ist in die richtung ja sagt was falten oder abhauen falten ich kann einfach nicht mal 10 ja wenn die hier zum ausgang gekommen wäre gut wir können ja ich bin gerade wohin gelaufen äh genau ja ich bin nicht ich bin nicht ich bin nicht immer leid ja toll gemacht warum haust du den mit spitz aber weil ich noch aufgeladen hatte schon im zombie der dann schlank doch erst woanders hin hab's zu spät bemerkt wir könnten noch einmal ein bisschen durch port latschen oder ich würde sagen wir warten hier auf die gegner ich würde sagen wir warten hier auf die gegner der ausgang ist hier zwischen uns da steht nur eine statue auf dem film ich bin unterwegs wo ist der ausgang denn da vorne ist da nicht rausgehen der weiß ich da ist eine statue daneben tschuldigung wo der muss eben nach unten die bewegen sich gar nicht hier sind sie noch bei eins ja aber sie sind schon nach süden jetzt bewegen sie richtung siegen ja die haben uns gehört und haben sich dann gedacht so gehen wir den aus dem weg die halten dann nicht mehr auf die gehen jetzt da unten süd südöstlich raus dann lass uns hier den port noch durchsuchen und dann gehen wir raus da sowieso eben oder oder meint ihr es haben jetzt hier durchsuchen und haben ein port port waren wir ja schon die port sind wir jetzt auch noch ein port auch wieder spezial aber Ah, Dolores. Aber immerhin können wir doch schon mal froh sein, ein Team haben wir definitiv umgebracht. Genau. Hier ist die Kasse. So. Hier. Das wäre immer gut. Kassel, Leute, viel Geld. Au. Hier war Giftschaden. Da ist ne Kasse. Hier sind Hunterler. Ah, Special Money. Na guck. Du kriegst ja irgendwie, kannst du ja hier diese Blutmarken kriegen und Geld aus diesen kleinen Säcken. Hier ist Waffenöl. Wenn jemand ne saubere Waffe haben will. Wofür soll das gut sein? Damit die Waffe sauber ist. Damit sie schöner ist. Dreckige Waffen spielt man nicht. Echt jetzt? Das macht schon optisch was, wenn die sauber sind. Absolut. Und warum sonst machst du ein Skin auf deine Waffe? Damit er drecken geht? Ja. Ja. Da hätte ja man ja auch eigentlich von dem Skin nix mehr, ne? Ja. Also. Ja, da hast du schon recht. XP. Wo? Ja. Tausend. Ach doch. Aber Jäger XP sogar noch. Oder ist noch besser? Ja. Da levelt der Jäger jetzt noch ordentlich. Okay, wir haben noch vier Minuten. Mein Ausgang ist ja direkt um die Ecke. So, da vorne war ich eigentlich noch gar nicht ganz fertig. Oben war ich schon. Okay. So, da. Hier war ich aber noch nicht oben. Alter Schwede, ey. 54 Punkte. Aber was hat ein Schwede damit zu tun? Hast du schon mal so viele gehabt als Schwede? Hm, nee. Ich war noch nicht Schwede. Hm. Ich glaub hier war ich nicht Papa. Okay. Ja, hier war ich. Wenn du doch sagst hier warste, dann brauchen wir doch nicht reinzugehen. Hier war ich aber noch nicht auf der Seite. 3 Minuten, dann sollten wir langsam mal Richtung Ausgang, ne? Jetzt sollten wir Richtung Ausgang gehen. Orten einfach. Ich muss noch ein paar Zombies mit Kopfschüsse töten. So, haben die dir was getan? Nee, ich bekäke hier eine Herausforderung. 35 Kopfschüsse. Ach ja. Ich hab schon befürchtet, du hättest irgendwas Persönliches gegen die. Ja, ich muss eine Meustadt-Kopfschüsse extrahieren. Und dafür müssen wir einen Boss machen. Und du musst aufnehmen. Nee. Nee. Wir gehen mit 57 Punkten nach Hause, aber ist doch schön. Und ein paar Kills. Ja, drei Kills, ne? Mal beklagen können wir uns jetzt nicht, wir haben schon keine Propheten, aber... Boah, drei Kills ist ja auch nicht schlecht. Ja, gerade hinter mir im Film. Also dieses typische altmodische, oh jetzt kommt spannende Musik. Das fängt dann so an, was sie die Streicher waren. Ach, wieder diese Hunde-Film. Ich weiß gar nicht, wann Mama den gucken will. Ich auch nicht. Das ist mir auch sehr fremd. Ich bin längst, weil es ein Katzenmensch ist. Na gut, reingehen. Aber vielleicht werden ja Hunde dabei gequält. Ich glaub ich schon. Ich? Ja. Ich hätte die Punkte gebrauchen können, sag ich doch. Ja, wir können die Punkte alle gebrauchen. Ja. Ja. Du bist doch fast ne Runde da. Ich bin grad mal Level 90. Ja, verkauf doch mal deine dicken High-Level-Typen da. Das mach ich ab Level 30. Ja. Dazu musst du sie erst mal auf Level 30 kriegen. Genau. Hört, hört. Gewachste Dynamit-Stange habe ich freigeschaltet. Ich habe die auch freigeschaltet. Klingt ein bisschen pervers, gewachste Dynamit-Stange. Ja. Damit die besser eingleitet. Irgendwie was mit... Waggalien auf dem Brenogebug. Nichts uUN. bot. Wir sind zusammen t inhabitant und fragt. Whoa, was es прост? Wir sind unsere Was in segments. Vielen Dank.